Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zur Randvieh. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Da ist mir doch glatt gerade mein Spiel abgeschmiert. Das ist mir zum Glück schon länger nicht mehr passiert. Aber jetzt gerade eben wieder unerhört. Und jetzt ist mein Schiff... doch mein Schiff ist noch da. Gott, ich wollte mich schon beschweren. Na gut, versuchen wir es noch mal. Das ist vor Sonnenuntergang. Was machst du denn da? Äh, wo ist es denn? Zeig mir, was vor uns liegt. Also da irgendwo. Und es ist ja auch noch ein wunderschön vor Sonnenuntergang, man merkt es. So, also hier kann ich irgendwo was verbrennen. Da geht's schon mal nach unten. Weiß nicht, ob ich da hin muss. Ach, hier. Ah, hier war vom Rabenklan Ligra-Kiste. Aha. Okay, gut. Das war auch einer von denen von... Ähm, will sprechen. Der Typ da vorhin war auch einer von denen, deswegen hat er auch so viel ausgehalten. Gehst du mal da hoch? Hallo? Ach, ich will doch nur zu dem Aussichtspunkt da. Wenn ich schon gerade hier bin, dann kann ich auch die ganzen Rüstungen, Bücher, Schätze und sonstiges noch gleich einsammeln. Dann kann ich mich ja einigermaßen von hier aus auf Erkundungstour begeben. Also einmal den hier. Dann kann ich mich ja einigermaßen übernehmen. Ich bin jetzt da. Ich bin ganz sicher, weil ich mich noch nicht verraten. Also, wenn ich jetzt bin, dann kann ich mich noch nicht in derennen und dann kommen. Ich war mir nicht zu Ende. Ich bin ganz sicher, aber nicht so. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Hier ging es doch schon mal nach unten, genau. Ach, ein Pfeile, auch sehr schön. Oh mein Gott, Evo hat freiwillig die Leiter benutzt. Das muss ich mir in den Kalender schreiben. Gibt es hier wieder 1500 Schlangen? Ich werde mal nicht die Ton-Töpfe zerschießen oder zerschlagen. Das ist ja fies. Lass mich da dran. Okay. Uah. Kannst du da irgendwie hoch? Da noch, jawoll. Ist ganz schön explosiv hier. Advent, Advent, der Keller brennt. Ne, ist ein bisschen spät dafür. So, was kriegen wir denn hier? Haken-Sperr aufspießen? Oh, mal wieder Nahkampf. Spieße Gegner mit deinem Haken-Sperr auf und wirf sie mit WASD in eine beliebige Richtung. Stoßen sie gegen Hindernisse oder andere Gegner, erleiden sie massiven Schaden. Oh. Das sieht doch gut aus. Das Rennen und Packen mache ich ja nie, ne? Also, mache ich noch weniger als all die anderen Fähigkeiten, die ich nie mache. Wollte ich damit so sagen. Schöne Abkürzung nach draußen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das würde ich doch gerne mal ausprobieren bei nächster Gelegenheit. Wenn ich dran denke und genug Adrenalin habe. Und hier gab es doch auch noch mehr. Da drüben ist irgendwie vermutlich ein Kohlebarren. Das ist ja gemein, hier hält es einen überall so vor die Nase. Wie die Karotte vor den Isel. Da kommt man nicht durch, oder? Hilft mir das da was? Ne, mal von oben versuchen. Ah, okay. Gut, aber jetzt nicht so schwierig. Ich finde das immer so immens lustig. Das sind so riesige, fette Truhen. Und da ist da ein einzelner Kohlebarren drin. So nix anderes, was Evo gebrauchen könnte. Ich weiß, du magst Laubhaufen, aber bitte nicht immer zu. Wer stieß denn da in sein Horn? Huch, da ist so ein eiferer Hilfe. Jetzt gerade nicht, bitte. Ich will nur die Rüstung abgreifen. Ach, und hier ist verbotene Zone. Gehen wir doch mal oben rum. Ach ja, hier sind ja auch so schöne Banner. Mit einem Wolfsschädel drauf. Sehen cool aus, muss ich zugeben. Reetwald, der Eiferer. Da drüben, Rinder. Okay, so da unten ist irgendwie was. Und Pfeile. Plünder, Plünder. Verärgerte Nachricht. Edelwert, zum letzten Mal. Verschließe die verdammten hinteren Fenster. Jeder dahergelaufene Hans Wurst kann hier alles sehen. Unsere Ausrüstung, unsere Güter und den kleinen schwachen Balken, der die Tür versperrt. Also mach schon. Komischer, schwebender Schädel, der nicht am Baum befestigt ist. Äh, hm, ja, hm. Ich glaube, das könnte... Nein. Ich muss sehen, was du siehst. Ein Hinweis gewesen sein. Na gut, das war ja jetzt nicht halt so schwierig. Ist ja immer ganz nice, dass es hier immer Hinweise auf die Rätsel gibt. Oder zumindest fast immer. Keine Ahnung. Die man halt einfach nur finden und lesen muss. Da... Da... Da sieht man mal wieder, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schnauze. Ein Schwein. Essen ist voll. Und noch eine Kohlebahn oder so. Nein, ein Raffenschild. Zeig mal. Boah. Haut mich jetzt nicht von den Socken. Ich meine, wenn man solche Schilde zur Verfügung hat, dann haut einen, glaube ich, nichts mehr von den Socken. Aber der Vollständigkeit halber. So, haben wir jetzt hier noch irgendwie Sachen. Und was Weißes. Und noch was anderes Weißes, glaube ich, war da auch, ne? Da... Oben. Das Wasser ist jetzt da oben und da... drüben... unten wahrscheinlich. Ja, klettern war erst mal da hoch. Das ist doch vermutlich wieder ein Zettelchen mit irgendeinem Tattoo oder sonst irgendwas drauf. Komme ich überhaupt hoch? Oder ist das zu steil für Evo? Ja, das ist sogar für Evo zu steil. Hm. Ah, da drüben ist eine Leiter. Vielleicht sollten wir es mal mit der probieren. Das könnte hilfreich sein. So, Evo, bitte Leiter. Dankeschön. Muss irgendwas zum kaputt schießen. Noch eine Leiter. Und hier ist irgendwie verbotenes Gebiet und da vorne ist ein Typ. Ne, zwei Typ. Kann ich jetzt mal... Huch. Musiat. Kommt, Alter, runter. Habe ich ihm gerade an seinen Augen den Hals gebrochen? Kack, Schlangen! Ne, hier ist ein Artefakt. Hey! Komischer, hässlicher Soundeffekt. Ja, ich werde mich jedes Mal, wenn ich ein Artefakt auflese, über diesen Soundeffekt beschweren. Hier unten irgendwo und da ist irgendwie ein Eingang. Oder? Da geht es. Ach, hier geht es durch. Wollte mich schon fast beschweren. Also das einzig halbwegs angenehme ist ja, dass hier selten Schlangen einfach offen rumliegen, sondern die sich meistens einfach in diesen Kisten und Fässern am Foren da verstecken. Solange man die nicht kaputt macht, hat man recht wenig Ärger mit Schlangen. Vermerk eines Schatzsuchers. Ich gebe meine Suche auf. Hier gibt es keinen Schatz zu finden. Ich habe sicherlich jeden Winkel dieser Höhle abgesucht. Jemand muss den Schatz vor langer Zeit weggeschafft haben, da bin ich ganz sicher. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück und... Zurück und sehe nüchtern noch einmal genauer nach. Doch ich bezweifle, dass das einen Unterschied macht. Hat er doch bestimmt nur was übersehen. Wie die Schatzkarte zum Beispiel. Stimmt, diese Schatzkarten habe ich mir auch nie angeguckt, ne? Ja, ja. Runen, runen, runen. Ach ja, das sind die... Berserker-Deko-Sachen. Die Odin-Statue finde ich halt toll. Die werde ich definitiv zu Hause irgendwo aufstellen. Was sind denn nochmal diese Schatzkarten? Kodex-Seite, Burkerts-Angebot. Da. Aha. Soll das hier Legra-Käste-Scheer sein? Und da ist irgendwie ein Felsen und da ist ein Schatz. Äh... Das hat immerhin einen Text. Das hat auch irgendwie einen Text. Äh... Ich glaube, das war nicht... Das war, glaube ich, nicht mal Legra-Käste-Scheer, ne? Äh... Sehr merkwürzig. Mh... Mache ich jetzt erst hier unten was? Nee. Ich mach wahrscheinlich hier so... RIP die Runde und geh dann nach Hause. Oder mach dann das hier ganz zum Schluss wieder oder so? Und geh dann nach Hause. Ich kann ja jetzt hierher schnell Reise machen. Leg ich erstmal da hin. Ich werd vermutlich auch die meisten von diesen kleinen Goldpunkten auch einfach weglassen. Wenn die nicht hier eh in so... in so Siedlungen irgendwie drin sind. Und ich irgendwie eh drüber stolper. Weil ich find's tatsächlich ein bisschen anstrengend, dass es hier so viele Sachen zu finden und zu suchen gibt. Das ist ja schon regelrecht Arbeit. Und ich will doch nix arbeiten. Ich will doch spielen. Ich will doch Spaß haben. Und ich glaub, diese kleinen goldenen Dinger zählen auch gar nicht zum Gesamtfortschritt. Was ist das da drüben? Dieser Turm, wo die ganze Zeit schon jemand nach Hilfe ruft? Glaubes. Vielleicht. Möglicherweise. Ja, sieht so aus. Ups. Zeig es mir. Bitte, nimm an! Du, Hilfe! Ich bin in diesem spülen Turm gefangen! Schweig! Ebel magst du sein! Doch hier bist du nur meine Gefangene! Und du wirst tun, was ich sage! Ich bin gefangen! Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Lass mich doch hier erstmal mal einen Überblick machen. Oh, ich brauche jemanden! Irgendwin! Okay. Der ist aber auch jetzt nicht als Feind markiert. Turm gefangen! Ich bin aus, wie er sich in diesem Spülen. Ich bin gefangen! 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 Kann nicht entkommen! So hilflos! Ja, ich komm ja schon. Komm ich hier gar nicht? Kann ich mit ihm reden? Wenn du sie gegen ihren Willen einsperren willst, solltest du sie vielleicht knäbeln. Ich bin Tante Taquin. Lady Anis gehört zu mir. Oh, Moment, das war doch... Kann ich die auch einfach kaputt prügeln irgendwie? Äh, Moment. Weil das war doch der Typ, der jetzt einen Brief geschrieben hat, eigentlich. Du verdammter Scheißhaufen! Ich möchte das jetzt hier probieren. Mit reiner Faustkraft. Wenn der ein Speer hat, was voll unfair ist. Du sollst verschwinden, Dänenratte! Die Dame ist mein! Ja, ich merk's schon, ne? Ihr habt doch hier was am Laufen, wir zwei. Hä? Genug! Ich gebe auf! Besucht ihr einen anderen Beschützer? Seltsam. Aha! Es ist vorbei! Du kannst nun rauskommen! Tarkin? Mein Tarn! Was ist passiert? Dein Entführer ist geflohen! Dein Entführer ist geflohen! Er war etwas weichlich für meinen Geschmack. Was willst du wirklich hier? Oh Gott, nein! Es war nur ein Spiel! Eine Tollerei! Mein lieber Tarkin, wie konntest du nur? Nun, ich dachte, er hielt dich gefangen. Alles Teil der Verführung! Oh Gott, du... Du dachtest wirklich, mein Leben wäre in Gefahr? Und du setztest dein eigenes... Oh! Du bist so tapfer! Welch Beschützer! Das ist ein Witz, oder? Bitte! Du musst für mich kämpfen! Wer weiß, was dort unten lauert? Welch bösartiges Volk mir schaden will? Ich brauche Schutz! Stark und standhaft! Bitte! Halte unten Wache! Wenn ich das tue, kommst du heraus? Oh! Aber sicher doch! Stell dich einfach vor die Tür dort unten! Damit bist du vielleicht zwischen mir und all den bösen, bösen Männern! Da haben sich schon die Stiefel in den Stein gegraben von den ganzen Typen, die hier immer rumstehen für die Alte. Ich meine, ich wiederhole es mal wieder in diesem Let's Play. Kein Kink-Shaming! Aber... Manche Leute haben schon ein bisschen eigenartige Ideen. Und jetzt kommt hier irgendwer an und will sie mich umhauen oder so? Da kommt Ärger! Echter Ärger! Verhalt dich still! War so klar! Wie schrecklich! Ich, eine Königssochter, die mit allen seltenen Steinen ihres Hohen Hauses fortliegt! Hm? Was war das? Kann ja nicht schaden, mal nachzusehen! Ach! Warte, Alter, der hat echt einen Haubigen! Warte, holen wir deine Gedärme! Oh, oh, oh! Ja! Du hast es wieder geschafft! Es scheint unser Schicksal auf ewig sofort zu fahren! Ich schätze, ich sollte jetzt gehen. Bist du noch da? Meine Retter? Oh je! Ist ja selber schuld! Mein Gott! Ach, ich seh gerade! Wir haben jetzt auch hier diesen Etterhaken an der Hüfte hängen! Cool! Ich mag solche kleinen Details! Fertigkeitenpunkte! Jetzt bin ich doch meiner Konterrolle schon ziemlich nahe! Rabenrüstung! Wildschwein! Wildschwein! Wenn ich auch mal treffen würde! So! Gut, jetzt haben wir... Eine Ortschaft mit einer Mühle! Wo ich bestimmt wieder nicht willkommen bin! Lass mich raten! Quen... Also wirklich diese Namen immer da! Also da drüben hat irgendwer einen Schlüssel für irgendwas! Und da ist... Sieh mal nachsehen! Was goldenes! Wahrscheinlich hat der den Schlüssel für das Haus da! Obwohl... Ne, da ist die Tür offen, ne? Wofür hat der einen Schlüssel? Wahrscheinlich für das Haus, vor dem er sitzt, ne? Da ist ja auch noch irgendwas! Da ist was! Da ist was! Und... Da ist was! Und da ist was! Auch zwei Sachen! Und hier ist auch kein Fluss nah genug, dass ich... meine Mannschaft rufen könnte! Dann muss ich das irgendwie alleine hinkriegen! Ja, das schaffe ich schon! Zur Not prügeln wir uns überall durch! Das geht ja auch immer! So, meine Damen! Nicht erschrecken! Nicht stören lassen! Kann ich unter... tauchen und pfeifen? Aha! Komm doch mal vorbei! Ich sitze hier so unglaublich unauffällig auf der Bank! Wo ich doch ein Einwohner dieser Ortschaft bin! Wow, es ist unauffällig! Früher hat man den dann wenigstens noch irgendwie so auf die Bank gesetzt, dass es auch nicht auffällt! Aber ne, ich glaube, das Wort unauffällig ist eh wo unbekannt! So! 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 Die Schlüssel geklaut! Was gibt's hier? Vermutlich auch wieder einen Eisenbahn? Der Kohlebahn! Ach nee! Ja stimmt! Leder! Und jetzt... Das war ja nur eine kleine Truhe. Und einen etwas verwirrten Hirsch. Okay. Durch die Mühlräder durch. Das muss mir erst meiner nachmachen. Und keine Pfeile mehr zu haben, muss mir auch erst mal jemand nachmachen. Warum habe ich immer so keine Pfeile mehr? Ich dachte, ich hätte meine Köcher schon 50 mal geupgradet. Kann ich mich an dem Mühlrad festhalten? Nö. Wäre ja auch zu schade. Wenn ich mich hier aufs Pfeife, wer kommt? Jetzt kommt der. Oder hat er gerade die Leiche gefunden? Hat er gerade die Leiche gefunden? Das ist mir aber eigentlich auch gerade ganz recht. Kohle und eine Rüstungsruhne. Und da oben ist noch was gewesen. Dann renne ich mal hier unauffällig durch die Felder. Aber lass mich raten, dass die Tür zuhören. Ich brauche Pfeil und Bogen. Eber, aus, pfui. Geh mal da hoch. Weil hier komme ich nicht zufällig rein, ne? Natürlich nicht. Da ist irgendwie ein Fenster. Da sind zwei Typen. Wir müssen anfangen, die Mündung all unserer Flüsse zu bewachen. Hallo, ich wollte hier nur eine kleine Trüge ausplündern. Dann bin ich auch gleich wieder weg. Es ist auch wahnsinnig logisch, eine Tür zu versperren und dann direkt daneben eine andere offen zu lassen. Ach, da geradeaus ist auch noch was. Alter, wie schön, dass sie immer ist, ne? Boah. Geht doch. So, wo ist denn hier? Was da drüben? Sieht mir nach einem Artefakt aus. Vielleicht? Ah. Also, da. Halt, ne, das ist außerhalb von... Dingsi, Bumsi. Da ist was. Dann geht's da hoch. Hier so die Ecke und dann hier so rum. Da ist ja einiges noch zu tun. Da können wir auch dann unsere Leute hier mal rufen und da dann ja für das Kloster sowieso. Und dann hier unten lang. Ist ein Plan. Da kann ich mal rufen. Vielen Dank.